Hey Freunde und Quantum, ähm, ja, wir sind wieder da und diesmal haben wir es aufgelöst. Also, ja. Was? Achso, ja. Nee. Ja, doch. Also, ja, natürlich. Doch, ganz einfach sagen, lass es raus. Nee, weil wir... Ach, der telefoniert, warte, nicht erschießen, solange... Das gibt's ja nicht, oder? Der steckt still und ich treffe nicht. Oh mein Gott. Können wir die Aufnahmen neu starten? Das hat niemand gesehen. Aber natürlich, gleich, wenn wir die Mission geschafft haben. So, lass mal eben schnell neu starten. Auf Wiedersehen. Der hatte Glück, dass ich ihn nicht erschossen habe, sondern du. Richtig, das wäre sonst schmerzvoller. Wollt ihr Licht ausmachen? Das wäre, glaube ich, cooler. Okay. Wo müssen... Wir müssen eigentlich nach rechts, aber... Ja, eigentlich nach rechts, aber der einzige Weg führt links lang. Und da sind diese zwei... Das ist total unlogisch. Ja, das hat mich total verwirrt da vorhin. Das... Das... Daran lag es. Wahrscheinlich. Ja, sehr... Nö. Ich meine, hier gibt's auch jetzt zum Beispiel einen Teppich in der Mitte. Was macht der Teppich hier? Warum ist hier Teppich? Das verwirrt mich. Das sind so Sachen, die einen verwirren. Absolut. Und Schränke und Möbel in dem Gebäude. Ja. Ich meine, mit solchen ungewöhnlichen... Stöhnen. Leise. Leise. Oh, ich habe jemanden stöhnen gehört. Was? Wieso hören die ihn? Oh, Mann. Du bist so ein... Ich... Ich habe ihn getötet. So ein... Hau drauf. Hau drauf. Da drüben. Okay, okay, okay. Das war... Das war leise. Du bist so mordlösternd. Ja, aber... Aber guck mal, siehst du so. Es liegt heutzutage... Lüsternd? Flüstern. Mordflüsternd? Mord? Mordpflaster? Ich bin ein Mordpflaster. Was hast du gemacht? Ich weiß nicht. Ich habe hier die... Oh. Things angeschossen, weil mir danach war. Oh, nein. Ich dachte, du hast wieder einen Hebel betätigt und dann mit den Raketen gestartet oder sonst was. Na, verstehe mich. Nein, nein. Ich habe es unloggedeckt. Oh, shit. Entdeckt. Oh, okay. Wurde es entdeckt? Okay, pass auf. Lock sie zu dir. Ich... Ich... Ich habe sie zu mir gelockt. Okay, okay. Ich nehme sie gerade auseinander. Schnapp die... Wenn du immer sagst, ich nehme sie gerade. Das habe ich nie gesagt. Nein. Das verwechselst du jetzt mit irgendeiner privaten Aufnahme von uns. Oh, scheiße. Ähm. Natürlich hast du gesagt, ich... Ich battle smart. Also, dass du sehr schlau hier durchkriegst. Hinter mir. Oh, ich habe doch das Licht ausgeschalten. Yeah. Die kam auf einmal hinter uns. Ja, hier sind tausend und Lichter und überall sind... Okay, kümmer dich um links. Links, links, links. Ah, ah. Ich... Ah, 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 ah. Okay, okay, okay. Moment, 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 moment. Moment. Ich habe alle Licht aus. Perfekt. Oh, der Monitor. Das ist das Wichtigste. Ja. Oh, oh, die wissen es. Okay, das habe ich nicht verstanden akustisch. Achso, du hast ihn umgelegt. Er hat gesagt, oh. Ich habe dieses... Nicht so verstanden. Ja, die nuscheln immer so, wenn sie... Stopp loben. Echt nervig. Down, down. Ich habe die Kamera ausgeschalten, übrigens. Ja, das war total professionell jetzt. Ja, ja, du... Weiß nicht, was du machst, aber ich gebe mir echt viel Mühe und so. Oh, Schlachtbank. Hört sich gut an. Ja, da. Du hast dich vorgedrängt. Kletter mal hier hoch. Wo hoch? An dem Seil hier. Ja? Warte, ich halte mich hier fest. Ja. Ah. Ich meine, yay. Was, wieso? Ja, hast du gut gemacht. Was wolltest du? Ach, gar nichts. Oh, so, okay. Da brutzelt sich Menschen, vielleicht soll er sehr lecker schmecken. Schmeckt hervorragend. Ja. Die wissen jetzt gar nicht, dass wir hier oben sind. Haltet euch für schlau, was? Ihr habt es mit Profis zu tun. Oh, mit Profis? Darf ich ihn töten? Du bist das nicht. Er ist uns zu tief in den Arsch gekrochen. Das ist total easy von hier oben. Ja. Ich bin kein Todesengel. Wir sind nicht blöd. Wir können warten. Sogar. Schießen die gerade hier oben hin? Ich hoffe nicht, bei Gott. Aber die haben uns noch nicht entdeckt. Dein Hinterhalt. Was seid ihr, Chitschenien? Chit was? Was? Haben die jetzt was gegen Chitschenien? Das war irgendwas ganz ordentliches, oder? Ja. Deine Mama ist ein Chit. Hast du gehört, deine Mama? Ja, sag's ruhig. Ein Chitchenien. Chitchenien. Deine Mama ist Chitchenien. Ich geh hier runter. Ich kann nicht. Doch, ich kann nicht benutzen. Licht, 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 ist nicht gut. Ihr beide seid nicht so schlau, wie ihr glaubt. Nein. Ich bin viel dümmer, als du aussiehst. Position halten. Ne, warte. Moment. Ja. Ich. Was? Kannst du das denn wieder... Oh mein, jetzt ist so viel zum Schneiden. Das sind weise Worte. Weise Worte. Über die sollte man nachdenken, über diese Worte. Ja. Ich bin viel dümmer, als du aussiehst. Wie, das war's schon? Haben wir schon geschafft. The Endgame over. Kommt, das ist der Endgegner? Soll ein Drache sein, hab ich gehört. Das... Ja, das klingt realistisch. Guck mal, da ist die Tür. Zehn Meter. Neun Meter. Acht Meter. Über verschlossene Tür eindringen. Ja, wie über? Sollen wir oben aufbohren? Ja, eintreten. Zu zweit. Und wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder... Was gehst du mich an? Ja. Zwei Tür eintreten, Leertaste. Ja, ich... Jetzt... Jetzt mach... Machst du keinen Platz. Steh auf. Ich kann gar nicht ausholen. Ich drück die Leertaste. Ich mach doch. Ich schmeiß gleich eine Granate. Werfe EMB. Ne, ernsthaft. Shit. Ich wollte dich wirklich nicht. Ja, jetzt brutzlst du. Na, wie war das? Ich hör nichts mehr. Hallo? Oh, jetzt hast du es super gemacht. Jetzt kann ich es. Ja. Das ist aber nicht eintreten. Aber gut. Ist in Ordnung. So close. Wird das nicht denn? Tucken. War nicht notwendig, aber... Es klang professionell. Ja, ja, ich... Go in Deckung. Go in Deckung? Go in Deckung. Charlie Delta Bravo. Echo. Adler. Adler an Vogel. Adler an Vogel. Die Katze brummt im Sack. Hinter der Tür. Schaut die Giraffe. Unten drunter. Wir... Schalten auf 20 die Mikrowelle. Okay, das war jetzt unlogisch. Das macht ja gar keinen Sinn. Die Mikrowelle. Ja. Das war im zweiten Semester, CIA. Ach so. Okay. Da wissen wir jetzt Bescheid. Oh mein Gott. Ich hörs Stimme, aber ich seh keinen. Das ist creepy. Das stimmt. Echt? Das ist voll crazy hier. Warte. Ich guck mal unten drunter, ja? Ich geh in Pension nach dem ganzen Auftrag. Ich will unten drunter schauen. Ich breche auf. Mir dauert das zu lang. Okay, das ist auch eine gute Idee. Oh, den kann man nicht abknallen. Nein! Ist das wieder so ein... Schon wieder müssen wir ihn hören. Oh. Richtig gut. Jetzt... Jetzt lock ich ihn hier her und... Das ist Taktik Charlie Delta. Taktik Charlie Delta. Der Stuhl sitzt. Der Stuhl sitzt. So. Der Affe ist entsprungen. Ich wiederhole. Oh nein. Das Bild hängt schief. Ne, ernsthaft. Das Bild hängt schief. Stimmt. Wir können jetzt eine EMP-Granate werfen und dann... Willst du ihn holen oder soll ich ihn holen? Ich will die EMP-Granate dann? Ne. Ne, nicht die EMP-Granate zurückholen. Oh mein Gott, du bist voll das Tier. Ja. Ich bin kein Verräter. Der kann doch nicht richtig reden. Er kriegt doch keine Luft. Ne, ja, pass auf. Aber ich verhöre ihn jetzt richtig brutal. Ist das ein Drucker? Zieh ihm die Hosen runter. Wir drucken seinen Hintern. Tausendmal und verteilen das überall. Das wird doch bestimmt brutal. Ich verstehe nicht, wie du so kalt sein kannst. Ups, das war sein Arschgesicht. Oh Gott. Ich poste das gleich auf Facebook. Das ist gut. Guck mal, ich trompfe. Er gibt gleich auf. Heilige Scheiße. Du hast noch eine Twitter-Meldung auch noch, du Arschloch? Verzeihung, das ist schimpfbar. Ist schon okay. Wir sind ja unter uns. Diese Brutalität ist manchmal etwas... Willst du ihn jetzt verhören? Auf C? Äh. Kannst du das? Ich... Hab C gedrückt, ja. Ich kann das. Ich kann C drücken. Wir brauchen noch einen Org-Apfel und ein Stück von ihrem Finger. Und ich mach jetzt folgendes. Hau ihn gegen das Sofa. Das... Oder. Nicht. Ja. Ich. Ich sperre ihn in den Tresor ein. Ich lass euch dann mal einen, ne? So. Macht's gut. Das war nix. Ach, du wolltest... Ach, da ist ein Tresor. Jetzt hast du es wieder kaputt gemacht. Wem? Was? Unser Spielzeug. Ach, es lebt noch. Das ist ein Mensch. Ein menschliches Wesen. Ja, ja. Ein menschliches Wesen. Betäubt. Da kommen Leute. Das liegt daran. Warum? Ähm, ich glaub, da kommen Leute. Ach so. Aber ich kann ihn nicht frei... Oh, du musst dich hinter mir verstecken. Oh mein Gott. Tötet ihn, nicht mich. Also ihn mein ich damit, die Geisel. Nicht dich. Genau, genau. Ja, das ist selbstverständlich. Ich spüre das Kopfschütteln hinter mir. Oh, 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 die schießen. Oh mein Gott, das sind Tausende. Ich schmeiß ne Splitter. Pass auf, das wird gut, das wird gut. Oh mein Gott. War das gut? Das war... Das war... Perfekt. Das war... Respekt. Die zwei da hinten sind auch sprach. Ein kleiner Applaus wäre jetzt echt super gewesen, aber gut. Man kann nicht mehr so. Danke, danke. Ich steh mal auf. Super toll. Oh, Granate. Oh shit. Wer macht das? Wer macht das? Ey, ich hab hier ne Geisel, ihr könnt sie nicht umbringen. Die ist wichtig. Glaube ich. Wir kommen hier nie wieder raus. Doch, ich muss, glaube ich, raus. Pass auf. Also, einfach durch die Tür, meinst du? Hey. Ich schleiche. Hinter dir. Okay, das ist gut. Das ist gut. Du stehst an der Wand. Wie soll ich hinter dir Deckung nehmen? Ich weiß es nicht. Schieb die Wand weg. Mach was. Ich hab ne Geisel. Er hat ne Geisel. Ich glaube, ich verstehe nicht mehr. Okay. Anscheinend ist es doch nicht so wichtig, die Person, die wir hier haben. Warte, ich nehm den. Halt. Jetzt, der fällt nicht um. Okay. Der hätte viel ausgehalten. Die Musik ist aus. Alles gut. Bei mir läuft sie noch. Puh. Ja, okay. Aber sie wurde leiser. Ah, okay. Gut, ja. Gut, das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt. Ja, gut war die falsche Wortwahl, ja. Dass da drüben muss die magische Tür sein. Verdammt nochmal richtig. Gut, pass auf. Könnt ihr aufhören zu räucheln? Das ist... Hä? Ich mache... Ich klicke... E. Ausschalten. Nein. Muss ich das vielleicht machen mit dem Typen hier? Ist das so ein Augenscanner? Ah, ja. Du musst in das Auge ausstechen und dann reindrücken. Richtig? So. Ah. Du bist jetzt auf den Dreck reingefallen. No! Was tust du? Oh mein Gott. Ich sterbe. Ich weiß nicht, wie. Ich weiß nicht. Ich hatte nur ein X. Ich hatte keine X. Leert das denn? Nein. Du stehst den Weg. Fuh ich nicht. Oh mein Gott. Oh Mann. Das war mal was. Das habe ich vielleicht absichtlich. Hallo? Das war jetzt. Also eine Minute mehr. Ähm, hallo? Ich... Ach ja, stimmt. Okay. Oh mein Gott. Ja, kannst du laut sagen. Was ist das denn hier? Das ist Kunst. Was ist denn eine Katze? Irgendwie sowas in dem Wesen. Ich glaube der Endgegner. Habe ich doch gesagt. So ein Wesen. Ach, wie passt denn? Ein Waffenkastik. Ah, und das ist aber wunderbar. Zeit um nach Hause zu gehen jetzt. Richtig. Valentiner, bitte shut up. Immer du redest hinten durch. Ans Ende. Hinten durch ans Ende? Richtig. Verstehst du nicht? Zurückkehren. Schnauter, schnauter, schnauter. Verstanden? Valentiner. Du kleines... Ich... Piep. Aha, aha. Fast hätten wir es auf Tape. Fast hätten wir es auf Tape. Niemals wirst du es von mir erfahren. Nein. Vielleicht wollen wir die Aufnahme pausieren und dann darüber weiterreden, während die Aufnahme nicht läuft, Krantan. Natürlich. Also wenn wir jetzt die Aufnahme stoppen, dann erzähle ich dir all meine schmutzigen Details. Ja, das ist super. Dann freue ich mich. Wenn du ihn aufnehmen wirst und auf YouTube stellen wirst. Ja gut, dann beende ich jetzt mal die Aufnahme und... Gute Idee. Bis demnächst. Tschüss.